Guten Morgen, das heute ist ein Flow, um einfach direkt in der Früh ein bisschen sich zu bewegen. Man braucht dafür keinerlei Hilfsmittel, man braucht keine Matte, sonst nichts. Man kann es einfach direkt aus dem Bett aufstehen und anfangen. Am besten ist natürlich, wenn man rausgehen kann, ansonsten Fenster aufmachen und so ein bisschen frische Luft bekommen. Wir starten im Stehen, können die Augen schließen, tief ein- und ausatmen. Erstmal ankommen, einatmen, die Arme nach oben anheben, ausatmen, zur Seite neigen, Dehnung spüren. Einatmen, zur Mitte kommen, ausatmen, zur anderen Seite neigen. Einatmen, zur Mitte kommen, ausatmen, aus der Hüfte heraus, nach vorne beugen. Einatmen, halb aufrichten, ausatmen, tief kommen. Einatmen, aufrollen, lass dir Zeit. Ausatmen, komm zum Stehen an. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Einatmen, die Arme nach oben hin anheben. Ausatmen, 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 zur Seite neigen. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, zur anderen Seite neigen. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, halb aufrichten. Ausatmen, tief kommen. Einatmen, nach oben hin aufrollen. Ausatmen, zum Stehen kommen. Einatmen, die Arme nach oben anheben. Achtung, ausatmen, linke Hand vor, rechte Hand zurück. Drehen. Einatmen, zur Mitte kommen. Ausatmen, zur anderen Seite drehen. Einatmen, zur Mitte kommen. Ausatmen, aus der Hüfte heraus, nach vorne beugen. Einatmen, den rechten Ellbogen weit nach oben ziehen, zur Seite hin öffnen. Ausatmen, ausatmen, tief. Einatmen, linken Ellbogen anheben. Ausatmen, tief kommen. Einatmen, nach oben hin aufrollen. Ausatmen, stehen. Wir wiederholen. Einatmen, Arme anheben. Ausatmen, ausatmen, zur rechten Seite hin drehen. Einatmen, anheben. Ausatmen, nach links drehen. Einatmen, anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechten Ellbogen nach oben schieben. Ausatmen, tief kommen. Einatmen, linken Ellbogen anheben. Ausatmen, tief kommen. Einatmen, nach oben hin aufrollen. Ausatmen, stehen. Einatmen, das rechte Knie Richtung Brustkorb ziehen. Ausatmen, abstellen. Einatmen, linkes Knie anheben. Ausatmen, abstellen. Einatmen, die Arme nach oben heben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, halb aufrichten. Ausatmen, die Knie beugen, in die Hocke kommen. Einatmen, Becken anheben, langsam aufrollen. Ausatmen, stehen. Einatmen, einatmen, rechtes Knie anheben. Ausatmen, absenken. Einatmen, linkes Knie anheben. Ausatmen, absenken. Einatmen, die Arme nach oben strecken. Ausatmen, aus der Hüfte heraus nach vorne beugen. Einatmen, halb aufrichten. Ausatmen, tief in die Hocke kommen. Klein machen. Einatmen, das Becken anheben. Und langsam wieder aufrollen. Ausatmen, stehen. Einatmen, die Arme nach oben hin anheben. Ausatmen, die Ellbögen zur Seite ziehen. Einatmen, Brustkorb weiten. Ausatmen, die Arme absenken, die Hände hinter dem Steißbein verschränken. Einatmen, die Hände ziehen nach hinten unten. Weite vorne finden. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, die Hände weg vom Steißbein heben. Ausatmen, tiefer in die Vorwärtsbeuge kommen. Einatmen, die Hände wieder zum Steißbein bringen. Ausatmen, die Hände lösen. Einatmen, aufrollen. Ausatmen, stehen. Eine Runde noch. Einatmen, Arme nach oben hin anheben. Ausatmen, Ellbögen nach hinten unten ziehen. Einatmen, Weite im Brustkorb finden. Ausatmen, lösen. Hände verschränken. Einatmen, Raum finden im Brustkorb. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, die Hände weg vom Steißbein bewegen. Ausatmen, tiefer in die Vorwärtsbeuge kommen. Einatmen, die Hände zum Steißbein bringen. Ausatmen, lösen. Einatmen, nach oben hin aufrollen. Ausatmen, stehen. Atme hier noch ein paar Mal tief durch. Komme so ganz bewusst in deinem Tag an. Öffne die Augen. Und starte in deinen Tag. Eing. ... ... ... Vielen Dank.